Hallo Sie, ja genau Sie, haben Sie Kinder? Haben Sie neben Ihren Kindern zu wenig Zeit für Ihren Beruf? Kennen Sie das? Mama, warum sind Pizzaschachteln eckig? Papa, warum hat Oma graue Haare? Mama, warum stinkt es, wenn man pup? Papa heißt Englern, sobald es da so eng ist. Mama, warum findet man in der Nase immer wieder neue Pugel? Vergessen Sie all diese Fragen. Wir kümmern uns um die Erziehung Ihrer Kinder. Sie gehen arbeiten. GIZ TV, Ihr Kindererziehungsfernsehen. Sie kümmern sich um Ihren Job, wir uns um Ihre Kinder. GIZ TV, nur ein Problem können wir nicht lösen. Mama, ich bin die Kieße. GIZ TV